Guten Tag. Ich begrüße Sie zur mündlichen Prüfung Deutsch A1. Wir sind Ihre Prüfer. Mein Kollege heißt Thomas Kaiser. Mein Name ist Agathe Müller. Guten Tag. Im ersten Teil der Prüfung stellen Sie sich vor. Name, Alter, Land, Wohnort, Sprachen, Beruf und Hobbys. Danach müssen Sie noch buchstabieren und eine Zahl nennen. Ich stelle mich zuerst vor. Mein Name ist Agathe Müller. Ich bin 38 Jahre alt. Ich komme aus Deutschland und wohne in Stuttgart. Ich spreche Deutsch, Englisch und ein wenig Spanisch. Ich bin Lehrerin von Beruf. Meine Hobbys sind Fitness und Fotografieren. So, jetzt sind Sie an der Reihe. Bitte stellen Sie sich vor. Ich heiße Kim Park. Ich bin 24 Jahre alt. Ich komme aus Südkorea. Ich wohne in Seoul. Ich spreche Koreanisch, Japanisch und etwas Deutsch. Ich bin Journalistin von Beruf. Meine Hobbys sind Malen und Reisen. Bitte buchstabieren Sie Ihren Wohnort. Seoul buchstabiert man. S-E-U-U-L Unter welcher Telefonnummer kann ich Sie erreichen? Meine Telefonnummer ist 0 0 8 2 1 2 3 6 5 4 2 9 0 Danke sehr. Bitte stellen Sie sich nun vor. Mein Name ist Nandita Kauschig. Ich habe den Namen nicht verstanden. Können Sie ihn bitte buchstabieren? Ja, gern. K-A-U-S-H-I-K Falls ich Sie einmal anrufen möchte, wie lautet Ihre Telefonnummer? Meine Telefonnummer ist 0032617529. Danke sehr. Und nun zu Ihnen. Stellen Sie sich bitte vor. Ja. Mein Name ist Thomas Schwarz. Ich bin 29 Jahre alt. Ich komme aus den USA. Mein Wohnort ist Berlin. Ich spreche Englisch und ein wenig Deutsch. Von Beruf bin ich Buchhalter. Meine Hobbys sind Baseball und Motorräder. Buchstabieren Sie bitte Ihren Nachnamen. S-C-H-W-A-R-T-Z Herr Schwarz, wie kann ich Sie telefonisch erreichen? Meine Telefonnummer ist 0014429845. Danke schön. Das war der erste Teil der Prüfung. Wir kommen zum zweiten Teil. Im zweiten Teil müssen Sie nach Informationen fragen. Zum Beispiel, auf diesem Kärtchen steht Sport. Die Frage dazu könnte sein, treiben Sie am Wochenende Sport? Und die Antwort könnte sein, ja, ich gehe am Wochenende gerne joggen. Ziehen Sie jetzt bitte alle ein Kärtchen. Aber noch nicht umdrehen. Drehen Sie bitte Ihr Kärtchen um. Stellen Sie Ihrer Kollegin eine Frage. Das Wort ist Ausflug. Machen Sie am Wochenende oft einen Ausflug? Nein, ich muss am Wochenende oft arbeiten. Jetzt sind Sie an der Reihe. Das Wort ist Familie. Verbringen Sie am Wochenende Zeit mit Ihrer Familie? Ja, wir verbringen sehr viel Zeit miteinander. Bitte drehen Sie nun Ihre Karte um. Das Wort ist Frühstück. Was essen Sie am Wochenende zum Frühstück? Am Wochenende esse ich meistens Omelette mit Tomaten. Danke. Das war die erste Runde. Das Thema der zweiten Runde ist statt. Bitte ziehen Sie alle ein Kärtchen. Aber noch nicht umdrehen. Bitte drehen Sie Ihr Kärtchen um. Das Wort ist Supermarkt. Entschuldigung, gibt es hier in der Nähe einen Supermarkt? Ja, etwa 500 Meter von hier ist ein Supermarkt. Und jetzt Sie, bitte. Das Wort ist Park. Wie lange ist dieser Park geöffnet? Der Park ist bis 22 Uhr geöffnet. Bitte drehen Sie Ihre Karte um. Das Wort ist Bahnhof. Wie komme ich zum Bahnhof? Sie fahren am besten eine Station mit dem Bus. Vielen Dank, das war der zweite Teil der Prüfung. Wir kommen nun zu Teil 3. In diesem Teil müssen Sie bitten formulieren und darauf antworten. Zum Beispiel, auf dem Kärtchen ist eine Musik-CD zu sehen. Eine Bitte kann sein, könnten Sie mir bitte die CD leihen? Eine Antwort darauf kann sein, ja, aber nur bis morgen früh. Bitte ziehen Sie Ihre Kärtchen. Aber noch nicht anschauen. Bitte drehen Sie Ihre Karte um. Auf der Karte ist ein Stuhl abgebildet. Bitte nehmen Sie hier Platz. Danke, sehr gern. Und nun Sie, bitte. Auf der Karte ist eine Uhr zu sehen. Können Sie mir bitte sagen, wie spät es ist. Es ist 5 Minuten vor 12. Bitte drehen Sie Ihre Karte um. Auf der Karte ist ein Schild, Rauchverbot. Bitte rauchen Sie hier nicht, hier ist Rauchverbot. Tut mir leid, das wusste ich nicht. Dankeschön. Wir kommen zur zweiten Runde. Bitte sehen Sie Ihre Karte an. Auf der Karte ist ein Glas Wasser zu sehen. Könnte ich bitte ein Glas Wasser haben? Ja, natürlich. Ich bringe es Ihnen gleich. Und nun Sie, bitte. Könnten Sie bitte diese Flasche öffnen? Tut mir leid, ich habe keinen Flaschenöffner. Sie sind nun an der Reihe. Könnten Sie mir bitte einen Bleistift leihen? Ja, natürlich. Hier, bitte. Wir bedanken uns bei Ihnen. Die Prüfung ist nun beendet. Sie erhalten die Ergebnisse in ein paar Wochen.